how to wow braucht diese menschheit weitere how to tutorials aus dem kochbereich von einem hobby koch glasklares nein ich mache sie aber trotzdem weil ich von meinen kindern dazu ermuntert wurde die wollen alles nach kochen die haben freundinnen und freunde die basics brauchen und wenn ich nur einen von denen dazu motivieren kann selber zu kochen ist es mir das wert das nächste how to es geht um meine wokstation das hat eine lange vorgeschichte und ich möchte das deshalb mit der community teilen weil ich selber ganz viel profitiert davon habe dass das andere leute solche sachen gezeigt haben wie sie ihren wok gestaltet haben die wokstation das einbrennen und so weiter und so fort ganz kurz zur vorgeschichte ich wocke seit seit ein paar jahren am herd und wie immer beschäftige ich mich bei diesen sachen dann sehr intensiv im internet mit leserecherche aber auch videorecherche und bin dann immer wieder auf diese videos aus asien gestoßen wo im original eben auf den regulären wokstationen gearbeitet wird wie die profis das machen und mir war dann irgendwann klar wenn ich wirklich woken will kann ich das nicht am herd machen es ist einfach eine andere welt natürlich hat alles geschmeckt was ich da gekocht habe und ich wocke heute noch am herd wenn mir draußen das wetter zu schlecht ist dann dann wocke ich natürlich drin aber mir war klar wenn ich wirklich in die welt des wokens eintauchen will dann brauche ich so einen professionellen brenner und die haben richtige mörderpower die da müsst ihr recherchieren ich werde zwar den namen nennen wo ich das her habe das ist ein rowing dragon x 72 das ist der eigentliche brenner das ist die kleine variante es gibt noch 24 kw und ich glaube sogar noch 26 kw brenner das ist aber für meine bedürfnisse viel zu überdimensionierten deswegen habe ich mir mit 20 kw die kleinere variante ausgewählt und rowing dragon dieser name ist tatsächlich sehr wohl verdient wenn man den auftritt dann hat man einen frauchenden drachen da könnt ihr gift drauf nehmen zeigt gleich noch ein paar schnipsel von von meinen wockerlebnissen habe ja schon etliche videos dazu gedreht von daher kann man sich das so oder so auch angucken wie ich da live wocke jetzt geht es aber um die wockstation also es gibt sündhaft teure wockstation es gibt natürlich auch um das auch noch mal klar zu sagen noch andere hersteller von wock brennern es gibt auch aus asien importierbare unterschiedliche hersteller von von wahrscheinlich hochprofessionellen brennern ich habe mich halt für eine variante entschieden da ist alles dran ganz zubehör es ist ce zugelassen also von daher habe ich nach wirklich langer recherche mich ganz klar dafür entschieden aber es muss jeder selber recherchieren und für sich eine entscheidung treffen da ich bei weitem nicht alle möglichkeiten ausgeschöpft habe oder alles selber ausprobiert habe maße ich mir nicht an zu sagen das ist der brenner den ihr kaufen müsst das gleiche gilt auch für die für für den rollwagen den ich da genommen habe worauf ich hinaus will ist es gibt ein paar hersteller von brennern die auch gleich eine richtige wockstation dazu bauen muss aber gestehen das geht bis in die mehrere tausend euro wird dann so edles holz oder natürlich auch viel edelstahl dran und so weiter wenn ich ganz ehrlich bin das ist mir echt zu viel dass ich bin nicht bereit so viel geld dafür auszugeben und ich brauche es auch nicht und es passt auch nicht zu meinem stil so was äthepität mäßiges zu haben es ist noch viel zu teuer auch wenn das wahrscheinlich ganz tolle stationen sind und jeden cent wert sind also ich will auf gar keinen fall mich in irgendeiner form negativ dazu äußern es ist es steht für mich persönlich einfach nur in keinem verhältnis zu dem was ich mit dem wog machen will und dann da für paar tausend euro so eine station dann zu kaufen bei dem hersteller oder distributor händler wo ich meinen brenner gekauft habe da gab es auch einen edelstahl rollwagen dazu der war aber nicht verfügbar der hätte auch weit über 1000 euro gekostet das hat mir schon kopfzerbrechend bereitet ich wäre was vermutlich aber bereit gewesen diesen preis zu zahlen zwar war nicht lieferbar also was habe ich gemacht ich habe so einen alten ikea rollwagen gehabt aus holz und der war nach drei vier monaten war der hinüber das ist halt nicht für outdoor geeignet übrigens sagt die ganze zeit outdoor warum outdoor weil mit dem 20 kw brenner kann man drinnen nicht wocken der ist entweder nur für großküchen mit geeigneten lüftungsanlagen zugelassen oder aber draußen das heißt ich wocke ganz klar draußen meine wockstation ist direkt neben neben meinem grill und von daher passt das alles und draußen wird also gewockt und gegrillt also auf jeden fall war dieses holz ikea wägelchen nach ein paar monaten hinüber das war halt nicht geeignet für outdoor also habe ich mir gedacht was machst du jetzt doch so ein teures ding oder selber basteln geht bei mir nicht ich bin alles andere als ein guter handwerker und zwar habe ich mich ein bisschen umgeschaut habe auch noch mal in dem schwedischen kaufhaus nach geguckt und siehe da ich habe den perfekten rollwagen für meine bedürfnisse gefunden ihr werdet das sehr schnell selber finden im ikea sortiment von daher muss ich hier gar nicht mehr darauf eingehen der punkt ist der das ist komplett aus edelstahl es hat sehr robuste sehr große rollen das heißt ich kann es hin und her schieben und es ist nicht wackelig und und instabil in sich weil das ist ein richtig robustes teil und es ist nahezu ideal für meine brenner größe ich muss sagen in der in der oberen etage sozusagen wo der brenner eingelassen wird da sind zwei streben in der mitte die man kann also maximal 30 cm loch bohren daran muss man denken falls man einen größeren brenner hat als ich weil ich brauche nur 27 cm durchmesser loch für den brenner das passt also genau da rein also jeder der größeren brenner mit größeren durchmesser hat der muss sich das noch mal sehr genau überlegen und gegebenenfalls bei ikea sich diesen rollwagen genau angucken und ausmessen auf jeden fall perfekte größe ich kann links und rechts teller hinstellen perfekte höhe ist für mich genau richtig komplett aus edelstahl sensationell für ein sehr 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 kleinen preis insbesondere gemessen an dem was von anderen als preis aufgerufen wird wenn es darum geht aus edelstahl oder edlen hölzern aus stein woks station zu machen sodass genug der vorrede ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen wie ich das gemacht habe also nicht den handwerklichen vorgang sondern wie ich mir den wagen zurecht geschnitzt habe damit das eine woks station ist und dann könnt ihr das gegebenenfalls auch so machen und die meisten von euch werden handwerklich wesentlich geschickter sein als ich und das vielleicht noch schöner noch besser machen und vielleicht noch ein paar sachen an an diesem wagen dran flanschen dran schweißen dran schrauben um dann noch mehr rauszuholen also viel spaß und gegebenenfalls auch viel spaß beim nachbauen sozusagen mit eurer neuen box station so hier sehen wir die workstation mit der abdeckhaube die habe ich mir so dazu gekauft es gibt ja einschlägige hersteller überall abrufbar mit verschiedenen maßen und wenn man weiß wie die abmaße der dieses rollwagen ist dann kann man auch relativ präzise herausfinden welche abdeckung dafür passend ist so hier sieht man ein bisschen wie ich das gemacht habe das ist die station zwei löcher musste ich mit der stichsäge rein bohren und hier ich wollte nicht dass das auf dem edelstall auf liegt weil dieses gusseiserne brenner dieser brenner topf der wird sehr sehr heiß und da ich hier keinen silikon oder dergleichen verarbeiten wollte oder diese diese ofen dicht massen und stoffe und so weiter das wollte ich das fühlte sich für mich irgendwie irgendwie nicht richtig anders da zu machen also habe ich so kleine steinchen genommen und das funktioniert ganz hervorragend das gusseisen ist komplett entkoppelt von dem von dem edelstahltisch und da wird überhaupt nichts heiß also ich kann das jederzeit anfassen während des wockens kann da alles drauf legen was ich will da passiert überhaupt nichts das funktioniert ganz hervorragend und der topf ist auch nur eingelassen also ich habe 27 cm durchmesser loch gemacht das ist genau also ein paar millimeter größer als es sein muss es ist also frei beweglich aber der topf ist so schwer dass selbst wenn ich den wagen hin und her bewege da da passiert überhaupt nichts das funktioniert also ganz hervorragend wer will kann die steinchen vielleicht mit einem tropfen silikon fixieren aber ich habe das nicht gemacht das ist alles frei beweglich und funktioniert ganz hervorragend wie das mit dem loch aussägen geht ich glaube den handfackern unter euch brauche ich das nicht zu erzählen das natürlichen edelstahlbohrer haben und erst mal ein loch zu bohren an der richtigen stelle und dann brauche ich nicht nur eine stichsäge sondern natürlich auch ein entsprechendes sägeblatt was für edelstahlbleche geeignet ist und dann den rest werdet ihr mit sicherheit deutlich besser hinkriegen als ich so hier kann man schön sehen wie viel platz noch links und rechts neben dran ist weil ich habe den brenner genau mittig gemacht und hier achtung da sieht man die zwei schienen in der mitte genau dazwischen muss muss der das loch gebohrt werden es sind circa 30 zentimeter wie gesagt mein brenner brauchte nur 27 war also die perfekte lösung und hier unten auf der zweiten ebene musste ich noch ein loch bohren das habe ich jetzt genauso groß gemacht wie das andere obwohl das wie man sieht gar nicht notwendig war damit die gasflasche da rein passen ich relativ easy das rein und raus machen kann wenn ich die mal austauschen muss und und ich da jetzt auch nicht großartig rumhampeln muss das ist also einfach nur das loch ist da um der gasflasche platz zu geben und die handhabung nachher auch easy ist also zwei löcher und dann ist man damit durch auf der unteren ebene ist die sind diese streben nicht da könnte man im prinzip die gasflasche und das loch dafür hin machen wo man will aber ich wollte es rein so aus gefühlter aus gefühlten sicherheits gedanken möglichst weit weit weg vom brenner machen also habe ich es ganz nach links gemacht während der brenner wie wir eben gesehen haben in der mitte ist hier sehen wir dann auch wie das von unten aussieht das loch für für die gasflasche und man sieht hier schon ich glaube das kriegt ja noch schöner und besser hin als ich das gemacht habe so und dann gucken wir uns jetzt hier mal die rollen an sehr robust sehr groß und absolut stabil also das ist der perfekte wagen für draußen und für meinen wog hier sieht man noch mal den brenner von der seite wo auch die die ganzen armaturen dran sind und so weiter und ich gebe noch mal zu bedenken ich habe den topf nicht fixiert und man kann den also und man kann den sowieso also die diese armaturen können nur an diesen an dieser an dieser einen öffnung angebracht werden das ist klar aber den 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 topf den brenner als solchen den kann ich frei variieren ich wollte aber dass ich rechts die diesen regler habe und er sollte nicht zu weit raus gucken deswegen habe ich das so ein bisschen schief eingebaut damit das quasi unterhalb des bleches verschwindet und wenn ich nachher die abdeckung drauf mache das nicht hervor steht und so weiter aber das kann man kann das nach links machen man kann es noch direkt nach vorne machen in bauchrichtung wenn man vor dem wog steht also da kann jeder für sich die beste stellung herausfinden was ihm am liebsten das ist ja vielleicht auch unterschied zwischen links sender und rechts sender ich bin ja links sender deswegen habe ich es auf der rechten seite weil ich in der linken hand natürlich immer die kelle habe um darum zu woken und so weiter das ist der grund warum ich als links sender das er als rechts habe das heißt die rechts sender werden vielleicht dazu neigen den regler auf die linke seite zu machen und das ist definitiv möglich für das war kein problem und zu guter lässt es noch mal das gute stück in voller pracht also für wenig geld ein wog wagen aus edelstahl für auto zwecke als wäre er genau für diesen growing dragon x 72 gemacht worden ich bin super super happy damit ist natürlich auch unheimlich gut zu pflegen logischerweise ein bisschen spüli drüber gehen schwamm mit mit klaren wasser oder schwamm und krepppapier abputzen und dann sieht der tisch immer aus als wäre nichts passiert einwandfrei ja also viel spaß ich zeige jetzt noch ein paar szenen aus meinen bisherigen wog videos draußen damit ihr das so ein bisschen in action seht und dann überlegt euch das und ich wünsche ich dann viel spaß beim nach basteln und vor allem viel spaß beim woken so und denkt daran wenn euch das video gefallen hat würde ich mich sehr über ein like freuen noch mehr würde ich mich darüber freuen wenn ihr meinen kanal abonniert und vor allem für diejenigen die sich dieses video angeguckt haben ich habe schon einiges an wog videos gemacht es gibt auch eine eigene playlist dazu die werde ich natürlich in der video beschreibung verlinken und da könnt ihr euch schon mal ein paar anregungen holen wie ich wocke was ich wocke und wie man mit dieser station und dem brenner den ich hier vorgestellt habe supergut woken kann also tschö 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 tschö